Jo, ein wunderschönen Kekker Evo, Folge 76, ähm, ja, mit den 10.000 Evo Souls erreichen war wohl ein Schuss nach hinten, wir sind mittlerweile schon bei einer Million Evo Souls, yay, das gibt doch definitiv wenig schneller als ich dachte, ähm, ja, was hat sich geändert in der Zeit, also ich habe mittlerweile 4, 3, 3. 3, keine Ahnung, knapp 3 Sessions gemacht, ähm, oder war es doch viel, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe ein paar Sessions gemacht und habe mittlerweile schon eine Million Evo Souls, und bin gerade dabei, die nächsten 400.000 zu bekommen, ja, ansonsten, ähm, ein bisschen Relikte habe ich gefahren, natürlich, weil pro Session bekommt man immer ein Relikt, ne, kennt man ja, da haben wir jetzt einmal hier, äh, Dora, Fortuna und Kumawakamaru jeweils, ein bisschen, dann haben wir einmal Tialatas und Kleptos, und Revolk, Tialatas und Jaggernaut, und dann haben wir einmal Vierer, Ibatas, Mise, Mammon und Dokok, Dokok, Wow, wenn ich doch immer diesen Namen ausgedacht habe, ähm, okay, ja, Rubina haben wir, 66 mittlerweile, ähm, und wir haben ein historisches Artensterben, Ja, der Klimawandel hat es mittlerweile bis in mein Let's Play geschafft, danke dafür, Angela Merkel, ich hatte heute früh, dass ein paar Söldner gestorben sind, und deswegen musste ich zwei auf die Reise schicken, neue Söldner zu bekommen, weil ich hatte nur noch drei, wisst ihr ja, Von diesen dreien, wovon zwei neue Söldner bekommen sollten, sind dann auch wieder zwei gestorben, weswegen ich bloß noch einen Söldner hatte, der einen neuen Söldner holen musste, ne, Das war der Stand letzter Aufnahme, und die sollten eigentlich knapp nach der letzten Aufnahme fertig sein, doch leider, ähm, ist von den beiden Söldnern, die jeweils einen Söldner noch dazuholen sollten, auch wieder einer gestorben. Das heißt, ich bin wieder dabei, einen Söldner zu haben, der jetzt wieder einen neuen Söldner holt. Ich weiß nicht, irgendwie, sterben die hier langsam, äh, schon wieder schneller, als ich sie überhaupt bekomme. Ich meine, vorhin, in der letzten Aufnahme, meinte ich auch noch Scherz, sonst hat man mal gucken, was passiert, wenn alle sterben. Ich glaube, das erreichen wir sogar noch, also, ne? Ja, soviel zu dem Thema. Ähm, Ansonsten, ja, hat sich nicht so viel verändert, die habe ich eigentlich alle so gelassen. Ich habe ihn auf Level 100 gebracht, und ich habe hier Salomon auf Level 200 gebracht. Also, hab ich jetzt, hat sich hier noch nichts geändert. Ähm, ja, das heißt, guck mal jetzt, wir haben gesagt, einen Millionen, äh, ja, doch eine Million Hero Souls. Wir gucken mal, in dem Hohan kommen wir jetzt nicht, ne, doch, doch, wir kommen noch weiter. Ähm, wir gucken mal, was wir hier noch so alles reinblättern können. So, wir sind derzeit im aktiven Bild, das heißt, ja, Latas und Libertas lassen wir mal raus. Hm. Dann hätten wir also noch Mammern und Miese, die wir machen könnten für Gold. Wäre das eine gute Idee? Level 200, wie viel kostet das? Ach, 30.000 Grad mal. Ha, easy. Ähm, das Gleiche machen wir mal bei den Beinen, die uns Damage geben. Genau hier. Click Damage machen wir mal von 2.000% auf 4.000% und Critical Click Schaden von 1.500 auf 3.000. So, also jeweils eine Verdopplung. Dann können wir jetzt mal auch ein bisschen in die teureren investieren. Also siehst du, wir können auch hier nochmal ein bisschen was draufbuttern. So, äh, wie gesagt, ansonsten können wir jetzt nochmal in die etwas teureres Reihenbuttern. Die Frage wäre allerdings, wie viel? Alter, 10 Level kosten schon 2 Millionen. Halleluja. Ja, gefällt mir. Hä, hä, hä. Ähm, okay, dann erst mal doch nicht. Hä? Doch, richtig. Doch, richtig. Ähm, was ich allerdings auf jeden Fall machen würde, ist ihn hier wohl. Er lohnt sich auf jeden Fall. Was macht er hier oben nochmal? Boah, Pornal Bosses. Naja, da würden 5 Level jetzt nicht mehr so viel bringen. Aber hier unten, das dürfte was, naja, auch nicht so viel. Okay, dann lasst ich jetzt mal alles raus. Ähm, die haben wir auf Level 200. Ihn haben wir auf Level 200. Wie viel sind jeweils nochmal weitere? Wow, wir hatten 7 Stück, ne? Äh, einmal 200. Zweimal 200. Dreimal 200. Vierfünfmal 200. Sechsmal 200. Gut, okay, dann unten lasst ich mal raus. Also, fünfmal 200. Das wären also 125.000. Können wir machen, dann schicken wir die alle mal, ähm, auf 300 hoch. Dann haben wir quasi schon mal das Level wieder erreicht, was wir bei den letzten Aufnahmen, also, vor der Transvention, meine ich jetzt, hatte, hatten. Das heißt, wir haben den Wert jetzt mittlerweile sogar schon verdreifacht jeweils. Halleluja. Tja, bei eh nochmal was reinbuttern. Bringt halt leider nicht allzu viel, weil... Warte mal ganz kurz. Also, zu Level 100 waren 48.000, heißt also 32.000 Zuwachs. Nein, 16.000 Zuwachs. Ja, genau. Das heißt also, wir würden gerade mal auf Level 8, also auf 8.000 Prozent kommen. Das für 300.000 bringt definitiv nichts. Ne, das lassen wir mal schön bleiben. Aber, wir können mal nach Alternativen gucken, wo wir das auch noch sinnvoll investieren könnten. Mir fällt aber tatsächlich gerade nichts ein. Gut, dann machen wir nochmal weiteres Spielchen. Also, 35.000 mal 5 wären dann 1.000... Jetzt bin ich raus. 1.750? Kann das sein? Also, 175.000 meine ich natürlich. Oder richtig gerade falsch. Machen wir mal Kindergarten-Niveau. Also, 3 mal 5 sind 15.000, ne? 5 mal... Ja doch, ist richtig. 175.000. Hätten wir noch 6... Also, es ist mehr als 6.000... Pfff, why not. Ganz ehrlich, wir haben es ja gerade. Und wenn nicht gewünscht, wenn wir noch eine Essention machen, dann haben wir wieder eine halbe Million dazu. So, dann investieren wir mal richtig hier. Ja. Das ist krank. Tja, das hier ist natürlich geil, aber ich würde halt auch ganz gerne ein bisschen was in ihn ein bisschen... Das Problem ist halt, es bringt halt leider kaum was. Und wird extrem schnell teuer. Das ist das Blöde dabei. Lassen wir, lassen wir, lassen wir. Wir lassen die erstmal alle auf Level 10. Vielleicht bringen wir die später wieder auf Level 15 oder sowas, aber... Allein schon Level 20 können wir erst machen, wenn wir wirklich ein paar Millionen, also viele Millionen Hero Souls haben. Aber jetzt... Sind sie erstmal zu teuer. Gut. Dann haben wir jetzt schon mal alle auf 400, haben damit quasi schon unseren alten Speicherstand überboten. Was ich noch mal gucken wollte, der Typ, der 10-fach Gold gibt, haben wir den hier mit dabei? Nein. Ah, genau, der da. Das wäre noch eine Sache, die würde ich tatsächlich... Begrü... Oh, der wird auch jedes Mal doppelt zu teuer. Äh. Dann bringt uns ja auch kaum was. Scheiße. Warte mal, jetzt gut. Wir haben pro Level ein Viertelprozentanstieg. Das heißt, wenn wir ihn um 10 Level hoch leveln, dann hätte er 1%, ja, plus 2,5%, also 3,5%. Lohnt sich das? 3%, das wäre jeder 30. Gegend, da würde er dann 10% geben. Doch, ich glaube, das lohnt sich. Fuck off. Machen wir. Machen wir, machen wir. Vor allem, um ihn auf Level 10 zu bringen, brauchen wir 1024 Tivo Souls. Aber alleine der Einkauf kostet schon 1700 Tivo Souls. Also langsam wird der ganze Spaß hier ganz schön teuer. Wo sind wir jetzt? Also, nach Alphabet, ähm, muss man erst mal wissen, wie er heißt. So. Oh, okay, 3,5. Ja, ist ja gut. So, dann hoffe ich mal, dass es hier tatsächlich was bringt. Okay, mehr lohnt sich dann jetzt definitiv erst mal nicht. So. Kommen wir hier noch relativ weit voran? Nee, ne, irgendwie sind wir gar nicht mehr so schnell, wie ich es kocht hatte. Blend-Shacken hängen wir hier vor, oder? Oh, ja, wir könnten schon längst auf den nächsten wechseln. Ha! Ich finde die ganz bestie. Bitte einmal darauf. Und dann haben wir es gleich mal auch Gilden. Vital-Palapalapus. Ähm, hold shift, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollte erstmal reichen. So. 84. Ah, brauchen wir noch ein bisschen. So, was haben wir hier? Ja, ein paar Gilds, die ich noch nicht eingelöst habe. Heck hier. Arschgewein. Okay. So, haben wir noch mal die vierfache Schaden. Kommen wir auch auf die Summe, die wir hier brauchen, ist er schneller. Wobei wir machen, wir machen halt, oh, Alter, schon 10.000 pro Posten. Ja, ja. Man merkt, wir sind einfach schon wieder Level 1000. Das kannst du doch keinem erzählen. Ich dachte, man braucht noch eine Transension, die hat man wesentlich länger, um sie zu erholen. Also das Problem ist, bei mir ist die, bei mir ist es halt schon so extrem overpowered, auch nach einer Transension, brauche ich gerade mal eine, Ascension, um mich komplett zu erholen. Aber ich dachte, hier wird es ein bisschen schwieriger, aber auch hier geht es tatsächlich extrem fix. Und das, obwohl wir hier so Probleme haben. Ja, wobei, ganz ehrlich, die erste Transension war ja schon ganz schön, ganz schöner Kaukel. Ist ja mittlerweile schon die zweite Transension. Von daher, eben. Muss man das natürlich auch dazu bedenken, dass wir zwei Transension machen mussten, damit wir, schön schnell starten können. Und eben, bei der mobilen Version, da habe ich gerade mal eine Transension gebraucht. Und wie gesagt, nach der, nach der ersten Transension, bereits die erste Ascension. Und dann ging es wieder flockig bis Level paar Tausend. Ich habe da vor kurzem auch wieder Ascended. Müsste mittlerweile weit im 6.000er Bereich Level, äh, ja, weit im 6.000er Bereich sein. Und App abgestürzt. Danke dafür. Ah, diese App, Alter. So. Ah, haben wir ja gleich geschafft. Hä, war ja nicht gerade noch was mit 9 E84? Wäre die Schweine teurer? Ach, wir haben schon ein Level. Oh. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Tja, damit haben wir wieder Inia. Ich weiß nicht, die hatten wir auch einmal gehabt, ne? Aber weiter sind wir noch nicht gekommen, als sie. Das war ja die Dame, wo wir letztens, achso, falsche Knopf. Ähm, wo wir da letztens so diskutiert hatten. Äh, genau. Sie hatten wir und die hatten wir bereits in der Vorschau, wo ich dann meinte mit die Barbie. Ja. Das heißt also, wir haben unsere alte Transense mittlerweile schon, ja, komplett wieder aufgeholt. Und sind quasi sogar schon auf dem guten Wege, sie zu überholen. Was natürlich echt geil ist. Muss man schon dazu sagen. So, vor allen Dingen jetzt, wo unsere, ähm, Agents alle wieder schön hochgelevelt sind. Das wird ein Schmaus, ey. So, wir haben nämlich sogar schon mittlerweile wieder eine Transension Soul. Ne, Ascension Soul. Ähm, schon wieder, ne? Und bis zum nächsten, brauchen wir, also, sobald wir es sind, haben wir schon wieder die zweite. Ich meine, klar, bringt uns jetzt nichts mehr, weil ich werde nicht mehr Transenten, das ist ja hier die letzte Transenten in dem Let's Play. Aber, ne? So. Ich will klicken. Scheiße, war ich schnell genug. Weg mit dir. Bist du zu schnell? Kommt gar nicht hinterher. Nein. Wenn ich nicht vielleicht nicht schätze, geht doch. Ich kann schon sagen, jetzt geht es hier los. So, mal gucken, was war unser absolutes Maximum. Also, unser absolutes Maximum war Level, wow, wir waren schon level 1700. Oh, okay. Da nehme ich alles zurück. Da brauchen wir doch noch ein bisschen, um unser, 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 äh, ja, unseren alten Niveaustand, wie auch immer man es nennt, mag, einzubeln. Ich dachte, wir waren irgendwie so toll, level 1100 oder 1200 oder sowas. Lull. So. Ja, das hier. Also, ne, das wird nur komplett, also, ich weiß nicht, habe ich in der Transension überhaupt schon jemalschen, äh, äh, Sölte eingesetzt, glaube ich. Das ist auch nicht, ne. Die Söltener waren die gesamte Zeit nur damit beschäftigt sich selbst, wie immer wieder selber zu holen. Das wird irgendwie gerade eine komplette Transension ohne Söldner. Und trotzdem sind wir schon so weit, muss man ja auch noch mal dazu sagen, ja. Ich meine, mir wäre zwar ab und zu mal ganz lieb gewesen, dass ich ein, ne, ein bisschen Gold gehabt hätte, aber war ja leider nicht. Und habe es trotzdem so weit gut geschafft, ja. So, haben wir mal, uns mal das Upgrade auch noch. Danke. Perfekt. So. Okidoki. Tschech weiß nicht. Wir hatten, wir hätten nach der nächsten Transension noch mal eine Million Hero of Souls. Die Frage ist nur, bringt das hier noch in irgendwas zu investieren? Oder sollte ich einfach die hier nochmal auf Level 500? Das wären knapp 200.000 oder etwas mehr als 200.000 Euro of Souls. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich das nicht alles wache. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. der nur ein prozent oder zwei prozent hat ich meine das werk hat mal das doppelte bringt nichts von daher ist mir das jetzt zu teuer da würde ich mal sagen 1111 ja dann lassen wir das erstmal mit denen mit denen mit den agents so dann gucken wir jetzt einfach nur dass wir hier mit dem aus einem möglichkeit hochleveln können 99 der fülle ist noch 1 10 der der runde wahrscheinlich nicht aber mal gucken vielleicht in den nächsten ist ja schon könnte das schon was werden ja und die dinge bräuchte mittlerweile gar nicht mehr und jetzt im aktiven bild wird sich die dinge überhaupt nicht mehr also es ist komplett die haben bei mir verpackt ich will sich also irgendwie ich glaube mal so selten wie ich es benutze entweder die für einen ganz anderen spieler typ gemacht worden oder ich bin einfach nur zu dumm um die sinnvoll einzusetzen aber ich persönlich bin halt einfach mal so ich spiele halt soweit wie es geht und wenn ich irgendwo hängen bleiben mache ich lieber eine extension ich meine klar wenn wir dann später so wie ich habe diese diese skill verlängerungen für ihn hier und in ihr habe das kann man natürlich schon mal einsetzt einfach mal so zwischendurch um zu boostern aber so und ist ungelevelt ist es halt einfach mal eine halbe minute und es geht aktiviert für eine halbe minute ist immer so ja das bringt jetzt nach dem da trinken jetzt eine halbe minute war es und dann ist auch wieder vorbei das bringt halt einem was wenn man jetzt so versuchten boss zu besiegen aber eben das hilft er meistens für ein boss maximal für zwei bosse aber wenn man jetzt einfach so auf der auf der suche nach ihr solltet also einfach komplett durchfahren möchte der bringe 1 1 2 bus in der regel geld nicht so viel von daher ja so was machen sind bereits alle beglückt ja auf die sachen scheiße mittlerweile auch schon komplett immer einfach immer alle bis 11 100 einzige ausnahme ist aber den mann auf level 200 damit wir hier natürlich senden können klar aber ansonsten dass sie alle auf 100 außerhalb die unteren die bräuchte die müssen ja entsprechend hergelevelt sein weil ja die nächsten helden auch immer teurer werden gut da würde ich mal sagen viel mehr zu machen bringt ja gar nichts mehr ich für mein teil mach noch mal eine essentie dann läpple ich meine 400 mal alle auf level 500 einfach damit eine schöne saubere zahl ist und ganz ehrlich kommen wir geben alle hier nochmal fünf level dazu ich weiß das bringt kaum was aber irgendwie statt mit dieser zahl 10 ich weiß nicht warum naja und bisschen gebracht hat ja auch wir haben noch mal 100 prozent dazu bekommen ungefähr kann man also nicht ganz ohne ich hoffe das bringt irgendwas außer kopfschmerzen gut ja und dann würde ich mal sagen hier und ruft da bücher dann würde ich noch sagen das wachte mit der aufnahme sehen wir uns mal früh wieder ich könnte doch passiv spiel mal gucken wie werde ich damit kommen verdiene ich ein bisschen mehr gold gerade am anfang vielleicht gar nicht mal so schlecht weg mit dir und dann muss man sagen schaum mit hau bis früh und dann gucken wir mal wie viel lieber solltet ich jetzt mal früh haben ne tschü